Herzlich willkommen zu diesem kurzen Lernvideo rund um das Thema internetgestützte Kommunikation, welches durchaus eine sehr große Bedeutung hat im Kontext von Lehren und Lernen. Aber ich möchte vielleicht etwas überraschend mit einem Zitat meines geschätzten Mentors Prof. Hermann Maurer beginnen. Er sagte einst, dass die Revolution der Computer nicht deren Evolution, sondern deren Vernetzung ist. Und meinte damit, dass mehrere Computer miteinander reden, also kommunizieren, sich plötzlich gänzlich neue Möglichkeiten eben in diesen Welten auftaten. Das Internet, so wie wir es heute kennen, ist also ein großer technischer Kommunikationsraum. Kaum auszudenken, wenn dies zusammenbricht und keine Sensoren, Chips oder welche Smart Devices auch immer, einfach aufhören miteinander zu reden. Und eine Ebene darüber reden wir Menschen dann eben über diese verbundenen und kommunizierenden Geräte. Jedes Mal, wenn wir auf WhatsApp oder eine sonstige App uns miteinander austauschen, egal ob nur textuell oder auch mit Bild und Ton, kommunizieren wir. Das ist heute unglaublich komplex und passiert ständig, dauernd, ohne dass wir groß darüber nachdenken. Kommunikation ist also Teil unseres Lebens und daher ist es auch naheliegend, sich darüber Gedanken zu machen, welche Besonderheiten es zu beachten gibt, wenn man dies für Lehren und Lernen mit digitaler Medienunterstützung anwendet. Beginnen wir aber mit der Definition. Im Zusammenhang mit computervermittelter Kommunikation spricht man immer von CMC, englisch für Computer Mediated Communication. Nach Pelz ist das die Bezeichnung von für unterschiedliche Anwendungsformen der elektronischen Übermittlung, der Speicherung und des Abrufs von Daten zum Zweck der Kommunikation durch Menschen über miteinander vernetzte Computer. Das klingt sehr trocken. Aber können Sie sich umgekehrt vorstellen, dass Lernen ohne jegliche Kommunikation auskommt, wenn Sie daran denken, wie Sie mit Ihren Kolleginnen und Kollegen vor Prüfungen noch die letzten Fragestellungen austauschen oder wenn Sie bewusst in Lerngruppen Fragen stellen, um irgendetwas zu verstehen? Sozial-konstruktivistische Lerntheorien gehen immer davon aus, dass ein Wissensaufbau immer an aktive Teilnahme und Partizipation gebunden ist. Als Lehrender umgekehrt wird man angehalten, Räume für diesen Diskurs zu schaffen, Interaktivität und Kommunikation zu fördern. Warum? Nun, weil in Diskussionen wird das Erlernte erprobt, Stellung dazu bezogen und man sieht plötzlich neue Sichtweisen und Herangehensweisen. In den Worten von Rolf Schulmeister ausgedrückt, heißt es, Kommunikation ist Dialog. Dialog impliziert Rückmeldung. Lernen basiert auf Verstehen. Verstehen benötigt Rückmeldung. Und ohne Rückmeldung ist demnach Lernen nicht möglich. Stellen Sie sich vor, Sie bekämen nie eine Rückmeldung oder eine Antwort zu Ihren Ergebnissen. Keine Note. Sie würden nie wissen, ob Ihre Überlegungen richtig sind. Nicht möglich? Nun ja, der Meinung sind auch alle, inklusive aller Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Man könnte es auch anders darstellen. Es ist völlig egal, ob mit oder ohne Computer. Hauptsache, es wird miteinander kommuniziert. Und heute geht es eben um diesen speziellen Fall des mit dem Computer. Zu Beginn des Internets erfolgte die Kommunikation fast ausschließlich auf schriftlicher Basis. E-Mails, Chats, Newsgroups, Mailinglisten. Und durch die aufkommenden, zunehmenden Bandbreiten ist heute auch die Übertragung von Bild und Ton möglich. Videos, Livestreaming, Videokonferenzen, Videotelefonie. So ist die Bandbreite der Kommunikation heute sehr vielfältig und ständig kommen auch neue Möglichkeiten dazu, wenn man zum Beispiel an Snapchat oder andere ähnlichen Plattformen denkt. Daher braucht es also die Möglichkeit der Differenzierung. Und so haben mehrere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Parameter festgelegt. Erstens die Zeitdimension. Ist sie synchron versus asynchron. Zweitens die Zahl der EmpfängerInnen bzw. SenderInnen. 1 zu 1, 1 zu n, n zu n. Das Symbolsystem, ist es textbasiert oder audiovisuell. Der Modus, schriftlich, mündlich, mit Video. Nutzungsmechanismen, auf Angebot bzw. Nachfrage betrieben. Dann schaut man noch auf den Informationsfluss. Ist dieser unidirektional, bidirektional oder sogar polydirektional? Wie schaut der Öffentlichkeitsgrad aus? Ist es persönlich, eine geschlossene Benutzergruppe oder gar öffentlich? Der Personalisierungsgrad, anonym versus identifizierbar und schlussendlich auch noch die Co-Präsenz, Co-Präsent versus isoliert. Eine sehr spannende Entwicklung der computervermittelten Kommunikation war, dass die ehemals rein textbasierte ein großes Manko hatte. Man konnte sein Gegenüber nicht sehen. Keine Mimik, keine Regungen oder auch keine Gefühlsausbrüche erkennen. Und das war die Geburt der Emoticons. Man versuchte daher mit Zeichen den geringen Grad an sozialer Präsenz zu kompensieren. Es wurden spezielle Kürzel eingeführt für einen lachenden Smiley, einen zwingenden, um Ironie darzustellen. Heute gibt es eigentlich gar so viele, dass man fast in der Lage ist, ausschließlich über Emoticons zu kommunizieren. Aber wie auch immer, sie sind eben ein fester Bestandteil dieser textuellen Kommunikation. Eine weitere sehr spannende Entwicklung ist auch jene der Kommunikation mit sehr vielen Personen. War das früher ausschließlich eben Massenmedien vorbehalten, können wir heute in z.B. sozialen Netzwerken Ähnliches erreichen. So gibt es heute die sogenannten Influencer mit Tausenden an Followern, deren Videos viral gehen. Sie kommunizieren quasi mit einer unendlichen Anzahl an Personen. Dadurch sind natürlich weitere Phänomene aufgetreten. Erstens, unser Interaktionsverhalten nimmt nicht mit der Zahl der Mitglieder zu, weil wir schlicht und einfach nicht mit unendlich vielen Personen kommunizieren können. Zweitens, dass es überhaupt zur Kommunikation kommen kann, braucht es eine kritische Masse an Personen, die daran teilnehmen. Da viele, und das drittens, sogenannte Lurker bleiben. Lurker lesen mit, aber beteiligen sich nicht aktiv an der Diskussion aus unterschiedlichsten Gründen. Der Anteil ist durchaus hoch. Und viertens gibt es noch das Phänomen der Informationsüberflutung. Man kann also schlicht und einfach eben nur eine begrenzte Zahl von Informationen auch verarbeiten. In dem Zusammenhang ist auch das Aufkommen von Fake News, also bewusster Falschnachrichten, durchaus von Bedeutung. Die schwarze Seite der Internetkommunikation. Ein wichtiger Punkt der internetgestützten Kommunikation ist dann noch die neue Möglichkeit des gruppenbasierten Lernens. Generell wird das heute unter kollaborativen Lernen zusammengefasst und umfasst dabei speziell die Nutzung von kollaborativer Software, zum Beispiel Google Docs, Cloud-Systeme und so weiter. Wenn man aber nun nur die Kommunikation betrachtet, gibt es hier den Begriff der Lerngemeinschaften, der sogenannten Online Communities. Nach Schaffert und Wieden-Bischof ist das eine Gruppe von Personen, die sich formal organisiert oder informell zu einem Thema bzw. einem Lerngegenstand austauscht. sich dabei gegenseitig kennt und gemeinsame, internetbasierte Kommunikationskanäle nutzt. Im Speziellen unterscheiden sich diese von traditionellen, gruppenbasierten Lernformen in folgender Weise. Online-Lerngemeinschaften erlauben eine zeitliche und räumlich flexiblere Gestaltung. Online-Lerngemeinschaften ermöglichen die Intensivierung von sozialen Beziehungen zwischen Mitgliedern aufgrund unterschiedlicher Kommunikations- und Interaktionsmöglichkeiten sowie hierarchieflachere Organisationsformen. Sie fördern auch soziale Kompetenzen, die die Zusammenarbeit eben in heterogenen und räumlich verteilten Teams ermöglichen. Und diese Abbildung hier zeigt jetzt, welche Kommunikationsformen nun auftreten können. Man unterscheidet dabei grundsätzlich zwei Gruppen, ob man synchron oder asynchron miteinander kommuniziert und ob die Kommunikation betreut oder unbetreut durch eine Lehrperson stattfindet. Je nachdem, was in der Matrix eben zutrifft, gibt es dann entsprechende Kommunikationsformen. So wäre zum Beispiel betreut und synchron eine Online-Sprechstunde bzw. unbetreut und asynchron eine Newsgroup aller Studierenden. Abschließend möchte ich jetzt noch kurz über das Thema der E-Moderation reden. Darunter versteht man Moderationsformen, die erforderlich sind, wenn man online eine Lerner-Rinnengruppe betreut. Im Extremfall vielleicht sogar ausschließlich online. Man sieht sich also nie in der Präsenz. Dazu haben sich natürlich mehrere Modelle gebildet. Eines der weitest verbreiteten ist das E-Moderationsmodell von Chili Selman. Auf welches Modell man jetzt eigentlich immer zurückgreift, ist fast egal. Sie sind sich relativ ähnlich und sie unterteilen sich aber alle in mehrere Phasen. Zu Beginn Zugang und Motivation. Hier ist also sicherzustellen, dass alle Lernenden Zugang zu anderen Ressourcen haben und sie sollen ermutigt werden, sich damit zurechtzufinden. Danach folgt die Online-Sozialisation. Wesentlich ist, dass man, bevor man also inhaltlich loslegt, sicherstellt, dass die Teilnehmerinnen und die Teilnehmer sich kennen und im besten Falle eben eine Online-Lerngemeinschaft bilden. Danach erfolgt der Informationsaustausch. Hier ist dann das zu sichten, zu sammeln und verarbeiten von Informationen vorgesehen und welche dann in der nächsten Phase der Wissenskonstruktion übergeht. Wichtig ist, dass Moderatorinnen und Moderatoren diese Prozesse dann eben begleiten und Hilfestellungen geben. Auch sollte der Fluss der Kommunikation selbst nicht gebrochen werden und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer immer wieder aktiv zur Teilnahme motiviert werden. Damit bin ich dann auch schon am Ende des Videos angelangt und darf nochmals zusammenfassen. Wir haben über die Bedeutung der Kommunikation gesprochen und nach welchen Parametern diese eingeteilt werden können. Dabei haben wir spezielle Phänomene besprochen, Emoticons, die Massenkommunikation, Online-Lerngemeinschaften und die Kommunikationsformen sowie ganz zum Schluss noch die E-Moderation. Bitte rufen Sie sich diese Punkte nochmals in Erinnerung. Ich hoffe, ich konnte Ihnen vermitteln, dass Kommunikation essentiell für die Menschheit und auch für das Lehren und Lernen ist. Die digitalen Technologien und vor allem das Internet haben diese Welt noch bunter gemacht und um eine Vielzahl an Möglichkeiten erweitert. Das ist einerseits ein Segen, da wir heute viel schneller und in Echtzeit an Informationen gelangen. Und andererseits ein Fluch. Weil diese vielen Kommunikationskanäle muss man auch beherrschen lernen. Ich darf Ihnen zum Abschluss zwei Dinge noch ans Herz legen in Bezug auf Online-Kommunikation. Erstens Kommunikationskanäle, die Sie öffnen, müssen Sie bedienen. Sonst wird keine Kommunikation dort stattfinden. Und zweitens Don't feed the troll. Denken Sie daran, wenn Sie Kommentare von immer derselben Person erhalten.